Ja, hallo, ich bin stolz darauf, im Buch Persönlichkeiten vertreten zu sein. Vielleicht erfährt man doch das eine oder andere, was man von mir noch nicht wusste. Das Buch erscheint ziemlich bald mit ganz, ganz tollen Beiträgen, mit ganz tollen Interviews. Wirklich sollte jeder in seinen Schrank haben. Und was ich ganz toll finde, ein großer Beitrag geht auch an Dunkelziffer e.V. Wir tun also auch etwas Gutes beim Buchkauf. Viel Spaß und viel, viel gute Unterhaltung.